HüL Morgen Eierlikör zum Frühstück Das ist der Gute von Tante Cordula Hast du nicht noch irgendwelche Geschenke auszuliefern? Nope, ich hab doch jetzt diese Packstation. Hat uns der Weihnachtsmann nicht mehr liebt, Mutti? Und für die bösen Kinder? Hab ich doch jetzt diesen 1-Euro-Jobber. Na endlich, meine Geschenke. Na großartig. Und jetzt sitzt du den ganzen Tag in Unterwäsche hier rum und trinkst Likörchen? Machst du dir keine Sorgen, dass du dabei total verblöde... Guck mal. Sieht krass echt aus, oder? Gut, das reicht. Wenn du heute nicht wenigstens eine sinnvolle Sache tust, wenigstens eine Sache, die einen guten Zweck erfüllt, dann kannst du dir einen neuen Partner suchen. Verstanden? So, wir wären dann jetzt soweit, das Rentier zu sterilisieren. Was? Du hast gesagt, wir lassen mein Geweih stutzen. Das ist ein paar Jahre.